Also ich liege jetzt gerade in deinem Baum. Ich kann nicht zum Grünen spielen. Der Baum ist im Weg und die Blätter hängen sehr tief. Also werde ich ihn einfach aufs Fairway schlagen, so dass ich den halt noch aufs Paar retten kann. Ich muss den Ball flach schlagen. Das mache ich dann halt so, dass ich den Ball etwas mehr rechts aus der Mitte lege, also eher zum rechten Fuß. Das Gewicht etwas links, Hände auch links vom Ball und dann halt steil schlagen und dies mache ich dann halt mit einem Eisen mit wenig Lob. Das werde ich jetzt einmal vormachen.